Hi, ich bin Mario und das ist unser Golf 6 Komplett-Umb-Auto. Wir haben ein Golf 6 Komplett umgebaut mit einer sogenannten Bassreflex-Wall mit 4x18 Zoll CC-Audio Streetneo Subwoofern. Das Ganze wird angetrieben mit 4-12 kW in Stufen, die zeigen wir euch später. Als Front-System, um dem Pegel dagegen zu wirken, haben wir verbaut in den A-Sollen jeweils einen 16er Riot 6P von B2. Als Hochtöner der Rage Hochtöner. In den Türen verbaut, hier sitzt noch ein zuschaltbares Horn, ein Rage TT von B2 Audio dahinter. 4x16er, praktisch hinter diesen Abdeckungen, 4x16er B2 Audio Rage. Keine Rage 6P, sondern herkömmliche Rage Lautsprecher, die auch vom Tiefton her ordentlich Pegel wiedergeben können. Als Set-Unit haben wir in dem Golf verbaut einen Pioneer DEH 80 PS. Das Ganze wird dann nochmal separat angesteuert durch einen Helix DSP-3. Hier haben wir einen sogenannten Konduktor, der für Setup-Wechsel und Lautstärke und Subwoofersteuerung eingesetzt werden kann. Hier unten in der Mittelkonsole noch, wie ich schon gesagt habe, in den Türen. Der mittlere Schalter beispielsweise, da können die Hochtöner für eine separate Endstufe dazugeschalten werden. Ganz links ist die Stromversorgung für das Radio für die Spannungsanzeige. Und der ganz rechte Schalter ist zum Zuschalten für die Subwooferendstufen. Mit dem Konduktor haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, das System zu ändern, um zu switchen. Wir haben jetzt beispielsweise, wie bei Audi, dieser Drehknopf vom MMI. Wir können auf den Knopf draufdrücken und zwischen den Einstellungen wechseln. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Main Volume, wo wir die Lautstärke ändern können. Wir können nochmal auf den Knopf drücken. Jetzt haben wir die Subwoofersteuerung. Wir können nochmal auf den Knopf drücken und dann sieht man schon, jetzt ist gerade Setup 1 drin. Wir können aber theoretisch auch auf Setup 2 wechseln. Setup 2 kann ich dann in der Mittelkonsole das Hochton, das Horn dazuschalten, was hier in der Tür sitzt. Kann auf Setup 2 wechseln und dann habe ich ein anderes Setup, wenn beide Türen offen sind. Dann wechsel ich auf Setup 1 zurück, weil wir die Möglichkeit praktisch mit geschlossenen Türen ein Setup zu erstellen und was eben gut für beide Türen geschlossen spielt. Als Antrieb für das ganze System haben wir hier hinten vier Sounddigital 12000.1 Evo 4.0, praktisch eine Endstufe pro Woofer. Für das System, hier unten verbaut unter dem Plexi, ganz rechts eine Sounddigital 600.4 für die Mitteltöner in den A-Säulen. Die Stufe dahinter ist für die Hochtöner, das ist eine Sounddigital 400.2 Evo X. Auf der linken Seite haben wir eine Sounddigital 1200.2 Evo X für die Tieftöner und drüber noch die 400.2 für die Hochtöner in den Türen, die auch zuschaltbar ist. Als Stromversorgung ist hier LTO verbaut, sind fünf Bänke, 40 Amperestunden. Also in Summe 200 Amperestunden für das komplette System, vollkommen ausreichend. Zuführung von vorne nach hinten, 100 Quadrat von der Lichtmaschine direkt. Und hier rechts sitzt noch der Helix-DSB, was praktisch die komplette Signalverarbeitung von dem System steuert. Hier hinten sitzt noch das BMS Balancer, um die Zellen untereinander auszugleichen. Insgesamt verbaut in dem Fahrzeug. Gesamtleistung 50 bis 55 kW. Und jetzt zeigen wir euch, wie die Karre vorwärts geht. Ja. Ja. 2 1 0 2 2 2 2 2 Untertitelung. BR 2018